Mit dieser Videoserie vertiefen Sie Ihr Wissen über das MT-On-Live-Signal-Add-on von Oliver Najang. Bitte beachten Sie den Risikohinweis. Schauen Sie sich, bevor Sie dieses Tool nutzen, alle Tutorials an, um Fehler bei der Nutzung zu vermeiden. Veränderungen in den Einstellungen der Indikatoren sollten Sie nur vornehmen, wenn Sie mit den Auswirkungen vertraut sind. Wenden wir uns jetzt der Watchliste zu. Die Instrumente, die Sie vom Screener in die Watchliste kopiert haben, finden Sie hier wieder. Auch hier sind die gleichen Signale wie im Screener vorhanden. Warum ist das so? Die Erklärung bekommen Sie im sechsten Teil Workflow. In der Spalte P und N wird Ihnen bei bestehenden Positionen der Gewinn oder Verlust angezeigt. Die Spalte Trade ist eine Analyzer Escort-Spalte. In dieser Spalte werden Ihnen jeweils drei Long- und drei Short-Signale angezeigt. Im Gegensatz zu den Screener-Signalen, die Ihnen Phasen des Marktes verdeutlichen, sind hier komplette Setups hinterlegt. Das Signal On-Reversal zeigt Ihnen Umkehrstäbe, wie hier zu sehen, in einer GWL-Long-Situation an, bei dem die Signallage korrigiert. Klicken Sie doppelt auf das Signal, so wird Ihnen das Vorschlag-Setup in den Chart gelegt, welches Sie dann nur noch durch einen Klick bestätigen müssen. Das Signal On-Deep zeigt Ihnen eine mindestens 50-prozentige Korrektur der Signallage an. Die GWL befindet sich auch hier in einer Long-Situation. Auch hier klicken Sie doppelt auf das Signal, um das Setup im Chart erscheinen zu lassen. Das Signal On-Deep-Reversal verbindet die beiden zuvor genannten Situationen zu einem Signal. Hier als Short-Situation dargestellt, liegt eine Korrektur der Signallage über 50% vor und es ist ein Reversal vorhanden. Auch hier können Sie den Trade mit Doppelklick in den Chart legen lassen. Sie haben es bald geschafft. In Teil 6 erfahren Sie mehr über den Workflow.